Brustimplantate in der heutigen Zeit sind sehr sicher. Das heißt, diese Oberfläche von den Implantaten ist ganz dick und hält große Manipulationen, das heißt Veränderungen aus. Das heißt, selbst wenn man das so hin und her bewegt, es wird halten. Wir verwenden diese Implantate seit über 15 Jahren und sind von der Sicherheit dieser Implantate 100 Prozent überzeugt.